Willkommen zurück bei Dark Souls 3. Ich bin jetzt hier zu diesem Leuchtfeuer gereist. Trage ich meine Waffe zweihändig? Ja, das muss ich mal nachgucken. Es war ein bisschen blöd, wenn man zwischen den Waffen und der Fackel wechselt, einfach nur um mal Licht zu haben und dann jedes Mal wieder im einhängigen Bereich ist. Naja, was so ist. Die kleinen Rattenbabys hier mal weghauen. Nach der Rolle kann man echt einen schönen Angriff immer machen. Sticht immer so schön nach vorne. Und hier ist jetzt der Schlüssel, den ich gekauft habe bei der Handmaiden für die Asche des Bestatters und 1500 Seelen. Und damit komme ich dann zu Irina. Der Nonne. Die habe ich im ersten Run ja auch schon gehabt. Und die will ich auch diesmal dabei haben. Jetzt mal können wir hier... Das wurde nicht gesündigt. Das sagen sie mir auch immer, wenn ich in der Kirche dann drum bitte. Und dann sagen sie mal, Martin, du hast doch gar nicht gesündigt. Du bist doch perfekt. Dann sage ich, okay. Und so laufen meine Besucher in der Kirche. Hier könnte ich mein gesegnetes Schwert verwenden. Denn so schlimm ist es jetzt nicht, dass die nicht nochmal aufstehen. Ich weiß gar nicht, welche nochmal aufstehen von denen. Oder ob überhaupt. Geht jetzt irgendwie jemand nochmal auf oder auch nicht? Geht da schon nicht mehr durch. Vielleicht stehen die auch alle nacheinander auf. Man kann die ja auch nicht auseinanderhalten. Die, dieses Skelett Heinz. Die sehen irgendwie alle gleich aus. Jetzt mal ganz kurz gucken, dass ich hier keine Abzweigung übersehe. Hier kam ich rein. Hier ist es ja so ein bisschen Neblitsch. Wer von euch Heinz steht hier wieder auf? Du zum Beispiel. Ich habe mir fast gedacht. Hier schiegt keiner auf. Da wächst schon ein Baum aus deinem Gesicht. Das ist nicht gesund. Der sollte mal lieber liegen bleiben. Wenn man sich nicht gut fühlt, einfach mal liegen bleiben. Habe ich jetzt Irina übersehen? Ich glaube ja, oder? Die ist doch hier irgendwo. Wo habe ich die denn jetzt übersehen? Das ist die hinter einer versteckten Wand. Wo habe ich sie übersehen? Die ist ja auch blind. Sind sie nicht ganz am Anfang eigentlich? Ich dachte auch, dass sie ganz am Anfang wäre. Da war aber die Statue da. Hier habe ich doch irgendwo was verpennt. Und Rheinschütz hat abonniert. Vielen Dank dafür. Für dein Abo. Ich hoffe, du hast viel Spaß an meinem Stream. Auch weiterhin und auf lange Zeit. Das wäre schön. Jetzt gucke ich gerade mal mit der Irina. Das kann doch alles nicht sein. So, wir können uns kurz gucken. Irina. Warum finde ich die jetzt nicht? Muss ich bei der Welka noch was machen? Läuterung erbitten. Fluchaufhebung. Ach, die Ausfüllungsumkehrung. Nein. Das will ich auf keinen Fall. Das ist ja alles... Puh. Da hätte ich es mir versaut. Ich habe die jetzt irgendwo übersehen. Hier kam ich jetzt her. Ich hole mal die Fackel raus, wie ich was sehe. Irgendwo übersehe ich gerade die Irina, dachte ich. Ich hätte gedacht, dass die gleich am Anfang sein muss. War sie aber nicht. Oder vielleicht ist sie dann doch erst da hinten. Und ich habe das falsch in Erinnerung vom ersten Run. Oder ich habe sie gerade zu hauen, weil sie so ein bisschen mager ist und wie so ein Skelett aussieht. Nein, natürlich nicht. So, ein Quatsch. Was redet der Typ? So, hier ist sie auch nirgendwo. Die ist, glaube ich, erst hinten gewesen. So, schnell wieder zweihändig zugreifen. Oh, ein Funkelhain, jo. Komm her. Wollte er abhauen. Ein schwerer Edelstein. Ah! Boah, hat er mich erschreckt. Ich habe noch gehört, ich dachte, irgendwo muss das sein. Steht ja plötzlich mitten im Bild und macht auch noch so einen Lärm. Mann! Kann er auch nicht mit mir machen. War das nicht gut fürs Herz? Das war wieder... Das war wieder ein... Weiß ich nicht. Ein halbes Jahr Lebenszeit, die mir da gestohlen wurde. Ah, ich habe keine Pfeile angelegt. Doch, Holzpfeile. Passt. So, hier ist nix. Mighty Duck meint. Er schaut gerade noch das Let's Play auf YouTube und es wäre cool, wenn ich das versteckte Drachengebiet finde. Das habe ich in dem Let's Play auch noch gefunden. Also keine Sorge. Das kommt dann schon noch. Einfach ein bisschen warten. Das Let's Play einfach auf YouTube weiterschauen. Und dann wird das schon auch noch stattfinden. Und das ist natürlich ein extrem cooles Gebiet. Das stimmt schon. Eine haben wir noch. So, da kommen jetzt keine Ratten mehr raus. Das reicht dann ja auch. Danke. Ah, und da ist Irina. Dann ist ja alles gut. Oh, wer ist da? Oh, wer ist da? Ich berühre Frau und übrigens immer auch genauso wie er. So, ein bisschen mit Abstand und die Hand dann so. Und dann sagen die auch immer, oh yes. Und das ist, glaube ich, was immer, wenn die Leute von Sex reden, glaube ich. Man setzt sich dann vor die Frau und streckt die Hand so aus und die Frau sagt, oh yes. Und so mache ich das auch immer. Und ich glaube, ich bin da ziemlich gut drin in diesem Sex. Oh, vergib' mich. Ich bin Irina of Karim. Ich kam zu dieser Land, damit ich ein Feuergeber sein könnte. Dein Touch hat mich aus der Dunkelheit freut. Du bist dann ein Champion. Ich bin schwach und nicht fit, um den Flamen zu fangen. Aber wenn es nicht dich verletzt würde, könnte ich in deinem Service, insofern? Oh, danke, süßes Champion. Ich werde meine Wurzeln machen. Ich, Irina of Karim, sollehmlich schwöre, dich zu servieren. So sind sie Frauen. Schwören irgendwas und dann lösen sie sich in Luft auf. Glaubt ihnen nichts. Und jetzt kann man nochmal mit ihm reden, aber jetzt sieht er das gleiche. Mach das. Ich bin Egon, ein König von Karim. Ich bin Egon, ein König von Karim. Was ist das Problem? Meine Terme sind sehr einfach. Ich bin ein Lied für so lange, wie du sicher bist, die Mädels Sicherheit. Und nur für so lange. Tja, das heißt kein Quatsch mit der Irina machen, sonst gehe ich mit der Laterne ja auf den Kopf. Das muss man ein bisschen aufpassen. Das soll ja nicht sein. Nun gut, jetzt gucke ich gerade mal. Dann geht's jetzt hier weiter. Das kann ja auch zu Fuß gehen. Müssen wir gar nicht mal reisen. Dann sieht man auch mal, wie das alles verbunden ist. Müssen wir nicht mehr das Bonfire nehmen. Ich glaube, das fährt jetzt aber nach oben, oder? Ne, fährt nach unten. Genau, in die richtige Richtung. So, Road of Sacrifices. Straße der Kreuzigung. Wenn ich es irgendwann mal schaffen würde in dem Spiel, das glaube ich, in 95% der Fälle, stehe ich immer verkehrt beim Aufzug. Gucke immer in die falsche Richtung. Können sie irgendwann mal so Pfeile anbringen. Ich gucke erstmal immer in die falsche und dann geht's irgendwann. Aber jedes Mal, das muss da nicht sein. So, Road of Sacrifices. Und da haben wir dann auch eine nette Begegnung, die extrem wichtig wird. Aber das müsste doch schon hier sein jetzt, oder? Ne, ist doch noch nicht hier. Stimmt, ist erst später. Ich verspreche schon wieder zu viel. Das ist an der anderen Stelle. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Das ist dann beim nächsten. Was aber auch so anfängt, so ähnlich. Auch so ein bisschen felsig und grün. Da treffe ich dann die Annary. Aber ich dachte, das ist ein bisschen anders. Das sieht wohl so ähnlich aus am Anfang. Deswegen habe ich es verwechselt. Kann ja mal passieren. Das kennen wir aber ansonsten ja auch noch. Hier gibt es ja auch einige Sachen. Ich bin jetzt auch... Also aus dem Kopf weiß ich dann auch nicht mehr immer alles, was wo war. Weil es gibt dann schon ein paar Sachen, die man dann erledigen möchte. Man kann ja hier runterspringen. Vielleicht nicht gerade hier, wo es dann doch eher weh tut. Aber es gibt ja ein paar Stellen. Nein, da unten gibt es ja auch noch ein bisschen was. Da hinten sieht man es auch schon. Ich werde glaube ich nicht jedes Gebiet komplett im New Game Plus ausreizen. Sondern nur die Gebiete im Story... Also... Ich werde manchmal irgendwelche... Ich werde größtenteils das schon wahrscheinlich alles machen. Aber ich werde manchmal irgendwelche Abzweigungen auslassen, wo dann nur irgendwie... Wo ich dann schon vorher weiß, da steht eh nur irgendwie ein Hansel, der sonst nichts macht im Spiel. Storymäßig ist halt das, was mir wichtig ist. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und ich trage es schon wieder nur einhändig. Und die Meisten gebiete ich schon irgendwie größtenteils. Aber ich werde da nicht jeden Fitze erkunden, wie gesagt. Weil ich das ja schon kenne. Ich bin ja schon Dark Souls Meister LP sozusagen. Jetzt haben wir ja beim ersten Mal schon erkundet. So, ich guck grad nur... Wenn ich grad von Dark Souls Meister LP spreche... Muss ich trotzdem noch überlegen, welchen Weg ich am besten gehe. Und dann gehen wir am besten... Äh, 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 in die Richtung. So. Na, irgendwie wird doch hier grad komisch. Spring mir doch gleich wieder jemand auf den Korb. Ich kenn das doch. Au! Okay. Natürlich hab ich das nicht getroffen. Da hab ich mich vor allem fast in den Abgrund geprügelt. Das wäre ein bisschen unangenehm gewesen. Das Schlachtermesser ist auch recht beliebt bei einigen. Das ist so ne Waffe, die mir überhaupt nicht gefällt. Also rein optisch schon. Das ist wirklich so... Damit kann ich immer nicht viel anfangen. Das muss ja auch schick aussehen. So ein Schlachter ist jetzt schon so ein bisschen... Ich weiß ja nicht. Für mich ist das nix. Mononokel fragt, ob ich schon die zwei Reisenden gefunden hab. Über die hab ich grad gesprochen. Das ist die Anri. Und Horace müsste er heißen. Die hab ich jetzt hier noch nicht gefunden. Das kommt aber noch. Wie gesagt, die sind extrem wichtig für die Story. Und deswegen werd ich da auch noch ähm... Da muss ich richtig schauen, dass ich das alles richtig mache. Und das werde ich euch auch noch erklären zu gegebener Zeit. Muss ja nicht zu weit vorgreifen immer. Hallo. Ich will ja nicht aufstehen. Will ich den hier in Ruhe gelassen? Der lässt mich einfach nicht durch. Kann ich jetzt auch nichts für. Ich erledige erstmal die hier oben. Ich erledige erstmal die hier oben. Autsch. Okay. Ich erwarte von denen schon gar keine Gegenwehr. Weil wir mal ein bisschen brauchen, um wach zu werden. Und dann... Überrascht er mich dann manchmal mit so einer Aktion. Eine Glut. Ich sollte aber auch die Glut immer anmachen. Weil es gibt Gebiete, wo das wichtig ist. Tatsächlich. Dass ich die Glut aktiv habe. Weil man dann... Ja... Eine Invasion stattfinden kann oder so. Von NPCs. Das spricht dem bisschen entgegen, dass ich ja eigentlich noch sterben muss und will, um die Level von Yole zu bekommen. Aber das schaffe ich schon auch noch. Sterben schaffe ich schon noch. Übrigens gut, dass ich jetzt vor diesem komischen Sprung meine Glut benutzt habe. Weil die habe ich beim letzten Mal verkackt. Beim ersten Mal. Dieser Mal machen wir alles richtig. Glaube ich. Okay. Ops. Und den zweiten. Wo ist denn der hin? Der ist irgendwo in die Wand geklitscht und gestorben. Haha. Und den zweiten. Okay, das ist eigentlich ein Folian von Karin, den ich der Nonne geben kann. Morn's Ring. Die Sachen kenne ich ja schon vom ersten Run. Sensationell. Ist da unten noch was, wenn ich in die Richtung gehe? Ich gucke mal ganz kurz. Ich glaube nicht. Nein. Fischkopf fragt, auf welchem Level mein Claymore ist. Level 10. Ist das Claymore? Sonst wäre er ja ein Clayless. Aber es ist ein Claymore und deswegen ist es schon auf Level 10. Fahrt der Opferung. So, hier ist es nämlich erst. Okay, aber ich wusste, dass es hier bald ist. Das Gebiet, was ich meine. Das entzündet. Und dann habe ich endlich Anri und Horace getroffen. Mit denen soll es dann ja auch weitergehen. Das ist sehr, sehr wichtig für die Story. Und dann zeige ich mal gleich, was...